Coesfeld ist eine Stadt im westlichen Münsterland Hintergrund Die erste schriftliche Erwähnung Coesfelds stammt aus dem frühen 9. Jahrhundert. Am 26. März 809 verweilte der Bischof und Gründer des Bistums Münster am Vorabend seines Todes in Coesfeld, um eine Messe in der Lambertikirche zu halten. Schon im Jahr 1197 erlangte die Gemeinde das Stadtrecht und konnte sich einen gewissen Wohlstand erarbeiten. Doch der Dreißigjährige Krieg traf die Stadt sehr. Allein der 18 Jahre war die Stadt durch feindliche Truppen aus Hessen besetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt mehrfach durch alliierte Bombeangriffe schwer getroffen. Nach dem Krieg setzte hauptsächlich durch die Textilindustrie eine wirtschaftliche Blüte ein. Seit 1975 ist die Stadtsitz der Kreisverwaltung des gleichnamigen Kreises. Mit dem Flugzeug der nächste internationale Flughafen ist der, 59 Kilometer. Als Option steht der weiter entfernte, 83 Kilometer, zur Verfügung. Mit der Bahn der ist über Regionalbahnen mit den Bahnhöfen in Münster, Dortmund, Dorsten, Kronau und Enschede verbunden. Mit dem Bus es gibt zahlreiche Busverbindungen innerhalb von Coesfeld und mit den umliegenden Ortschaften innerhalb des Kreises Coesfeld. Die Verbindungen werden über die Verkehrsgemeinschaft Münsterland realisiert. Auf der Straße in Coesfeld kreuzt sich die, die von den Niederlanden über Coesfeld und Nordtuln bis zur Verläuft, mit der, die von Dülmen über Coesfeld bis zur Verläuft. Somit sind über die Münster und Wuppertal und über die Bottrop und Emden schnell erreichbar. Mit dem Fahrrad die 100-Schlösser-Route führt durch Coesfeld. Sehenswürdigkeiten Die Ursprünge der Kirche gehen auf das 9. Jahrhundert zurück. Heute ist sie und andere Wallfahrtsort aufgrund des Coesfelder Kreuzes. Bis 1945 stand in Coesfeld die alte Kirche, die bis in das 12. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. Durch einen Bombenangriff wurde diese komplett zerstört und an dem heutigen Ort eine neue Kirche errichtet. Sie enthält noch zahlreiche Überreste der alten Kirche. Diese Kirche stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach wieder aufgebaut. Das Gebäude konnte während der Reichsbogromnacht vor der Zerstörung gerettet werden und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg restauriert. Seit dem 17. Jahrhundert traf sich hier die jüdische Gemeinde. Das Gebäude selber stammt aus dem Jahre 1810. Das letzte noch erhaltene Stadttor von ehemals sechs Stadttoren wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und wieder aufgebaut. Heute beherbergt das Tor das Stadtmuseum. Der ist das letzte verbliebene Bauwerk der ehemaligen Befestigungsanlage und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Heute ist der Turm der Sitz des Heimatvereins. Die geht wahrscheinlich auf das 12. Jahrhundert zurück und gehörte einst dem Bischof von Münster. Im 17. Jahrhundert angelegte Verteidigungsanlage und Bischofsresidenz. Diese wurde nie richtig fertiggestellt und schließlich noch im 17. Jahrhundert wieder abgerissen. Heute erinnern nur das Torhaus und ein paar versprengte Reste an das massive Bauwerk. Hier sind neben Rathaus und Marktkreuz viele Gebäude zu finden, die zumindest alte Bausubstanz zeigen. Adelssitz, dessen Gründung auf das 9. Jahrhundert zurückgehen soll. Das Anwesen ist mit einer Gräfte- und Parkanlage umgeben. Diese 152 Meter hohe Erhebung befindet sich als Ausläufer der Baumberge am Stadtrand von Coesfeld. Von den zwei Aussichtspunkten Dreilinden und Ludgeriras kann man weite Ausblicke in das Münsterland genießen. Der Sage nach soll der Gründer des Bistums Münster, der Heilige Liga, am Tag vor seinem Tod von hier noch einmal das Münsterland gesegnet haben. Die noch heute zu sehenden Erdwelle gehören zu einer Fluchtburg aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Diese sind zum größten Teil mit Sträuchern und Bäumen überwachsen. Gesundheit in Coesfeld befindet sich das Christopherus Krankenhaus inklusive angeschlossener Notfallpraxis für Erwachsene und Kinder. Zudem gibt es vor Ort acht Apotheken sowie zwei weitere Apotheken im Ortsteil Coesfeld-Lette.